Das Anwendungsfalldiagramm erlaubt es, frühzeitig festzulegen, was das System leisten muss. Es wird festgehalten, was alles an Relevantem passieren kann und vom System behandelt werden muss. Ein Fall, der behandelt werden muss, bezeichnen wir als Anwendungsfall. Das System entspricht dann der Summe aller Anwendungsfälle. Also springen wir rein ins Anwendungsfalldiagramm. Use Cases oder Anwendungsfälle sind der Ausgangspunkt vieler objektorientierter Entwicklungsmethoden. Dabei haben Anwendungsfälle nicht viel mit Objektorientierung zu tun. Tatsache ist jedoch, dass einer der Väter der UML, Eva Jacobson, diese erfolgreich bei Ericsson eingeführt hat. Daher wurde das Konzept der Anwendungsfälle auch in die UML übernommen, auch wenn ich anwendungsfallzentriert arbeiten kann, ohne dass ich objektorientiert entwickle. Jedenfalls stellen Anwendungsfälle ein Basiskonzept zur Verfügung, mit Hilfe derer ich Anforderungen erhebe. Das Konzept der Anwendungsfälle spannt sich dann über den kompletten Analyse- und Designprozess. Das heißt, ich überprüfe in der Analyse und in dem Design immer, ob ich meine Anforderungen auch erreicht habe. Was wir in diesen Einheiten kennenlernen, ist jedoch nur die Anforderungserhebung mit Hilfe von Anwendungsfällen. Wenn ich anwendungsfallzentriert arbeiten möchte, werde ich mir sicher die folgenden Fragen stellen. Warum verwendet man Anwendungsfälle? Wie sehen Anwendungsfälle aus? Und was macht man mit Anwendungsfällen, wenn man diese einmal erhoben hat? Das wollen wir in den folgenden Einheiten behandeln. Es gilt aber auf jeden Fall, Anwendungsfälle konzentrieren sich auf das fundamentale Problem bei der Entwicklung eines Systems, nämlich den Kunden, die Kundin zufriedenzustellen. Das heißt, wir wollen ein System schaffen, das alle Anforderungen erfüllt. Und dazu erheben wir, was kann denn alles passieren, was mein System nachher unterstützen sollte. Wir werden diese Anwendungsfälle beschreiben, mit Hilfe einfacher Worte und Sätzen, damit auch der Auftraggeber, die Auftraggeberin das Ganze nachvollziehen kann. Und gleichzeitig sollten diese Beschreibungen den Implementierenden bei der Umsetzung des Systems helfen. Damit können wir festhalten, dass Anwendungsfälle die Anforderungen der Kunden und der Kundinnen an das System repräsentieren. Und für so einen Anwendungsfall hat Eva Jacobson Folgendes festgehalten. Ein Anwendungsfall ist eine Sequenz von Transaktionen innerhalb eines Systems, deren Aufgabe es ist, einen für einen einzelnen Akteur, Akteurin identifizierbaren Nutzen zu erzeugen. Das heißt, im System geschieht nichts aus Selbstzweck. Ich muss immer den Nutzen für jeden Anwendungsfall identifizieren. Und wenn ich von einer Sequenz von Transaktionen spreche, meine ich damit nicht Transaktionen im Sinne von Datenbanken. Ich meine damit Schritte, die der User, die Userin setzen muss, um den Nutzen zu genießen. Nehmen wir als Beispiel eine Kaffeemaschine als System. Hier gibt es den Anwendungsfall einen Kaffee herunterlassen. So werde ich als User, Userin mit der Kaffeemaschine interagieren. Das heißt, ich muss bei einer Filtermaschine einen Filter einsetzen. Ich muss Kaffee in den Filter geben. Ich werde das Ganze schließen. Ich werde auf einen Knopf drücken und dann wird der Kaffee in das vorher bereitgestellte Heferl fließen. Und diese Schritte sind jene Transaktionen in diesem Sinne. Die Akteure interagieren mit diesen Schritten mit dem System immer im Kontext der Anwendungsfälle. Das heißt, ich muss alles in Anwendungsfälle verpacken, das nutzenstiftend für den Akteur oder die Akteurin ist. Was ist nun ein Akteur, eine Akteurin? Offensichtlich sagt man immer, naja, die Benutzer, die Benutzerinnen des Systems. Es müssen aber nicht nur Personen sein. Es könnten auch Dinge, Sachen, andere Systeme sein, zu denen Schnittstellen bereitgestellt werden. Ich könnte auch sagen, eine Akteurin ist alles, das mit dem System interagiert. Ist aber nicht immer einfach festzustellen. Nehmen wir an, wir reden vom Patienteninformationssystem in einer Ordination. Ist der, die Patientin nun eine Akteurin? Die Antwort lautet, ja, wenn ich als System, das soziotechnische System der Ordination verstehe, dann wird die Patientin mit der Ordination interagieren. Meine ich jedoch das IT-System, das in dieser Ordination läuft, so wird die Patientin keine Akteurin sein. Denn die Patientin selbst wird ihre Daten nicht in dieses System einglopfen. Das wird durch eine Sekretariatskraft erledigt. Und somit ist nur die Sekretariatskraft eine Akteurin für das IT-System, das in der Ordination läuft. Transaktionen innerhalb eines Systems implizieren, wie wir bei dem Beispiel der Kaffeemaschine gesehen haben, dass der Akteur, die Akteurin eine Reihe von Möglichkeiten hat, um mit dem System zu interagieren und mit dem System zu kommunizieren. Und dass durch diese Interaktionen ein für sie messbarer Nutzen erzeugt wird. Offensichtlich stellt der Kaffee im Heferl einen messbaren Nutzen dar. Dieser messbare Nutzen ist eine quantifizierbare oder qualifizierbare Auswirkung auf jene Dinge, die außerhalb des Systems liegen, insbesondere auf die Akteure. Wir schätzen einen frischen, warmen Kaffee. Wir haben hier ein einfaches Beispiel für ein Anwendungsfall oder Use-Case-Diagramm. Dieses beinhaltet aber schon die wesentlichsten drei Elemente. Als erstes müssen wir das System festhalten, das wir entwickeln wollen. In unserem Fall wäre das System die Student Administration. Dieses System wird als Rechteck dargestellt. Und das Rechteck signalisiert auch die Systemgrenzen. Alles, was sich innerhalb des Rechtecks befindet, ist Teil des Systems. Alles, was sich außerhalb des Rechtecks befindet, interagiert mit dem System. Wir fragen uns als nächstes, wer benutzt denn unser System. In diesem Fall wären es Professorinnen und Professoren. Diese werden als Akteurinnen abgebildet. Wir brauchen also die Akteurin Professor. Die Akteurin wird als Strichmenschchen dargestellt. Die nächste Frage lautet, was machen denn die Akteurinnen mit unserem System? Wir könnten festhalten, dass Professorinnen Studierendaten abfragen, Zeugnisse ausstellen und Prüfungen ankündigen. Dies wären Anwendungsfälle in unserem System, die als Ellipsen dargestellt werden. Und die Tatsache, dass es eben diese Akteurin Professor ist, die mit diesen Anwendungsfällen interagiert, wird durch diese Beziehungen dargestellt. Das war ein erster Eindruck, ein erster Überblick zum Anwendungsfalldiagramm. Natürlich wollen wir die verschiedenen Konzepte des Anwendungsfalldiagramms in den folgenden Einheiten noch näher beleuchten. Aber zunächst wollen wir uns ein motivierendes Beispiel zu einem Kaugummiautomaten im folgenden Video ansehen. Reisens gehen. Keine Anwendungsfallendi Die Aktie Portose ... ...